Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Sonntag reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 19.200 US-Dollar oder knapp 19.100 US-Dollar. Ziemlich in der Mitte, also sehr, sehr wenig Bewegung am Wochenende bisher. Welche Level jetzt interessant werden, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Dann ein kurzer Ausblick schon mal auf die nächste Woche. Was könnte uns erwarten, was könnte die Märkte ein bisschen beeinflussen. Schau mal vorweg, es gibt nicht viel, aber trotzdem gibt es einen interessanten Punkt, den wir trotzdem ins Auge fassen sollten. Außerdem schauen wir uns ein paar Altcoins an, plus auf jeden Fall Quandt. Nachdem Quandt so explodiert ist die letzten Tage, Wochen, schauen wir da auf jeden Fall mal einen Blick. Und ansonsten, bevor wir jetzt starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich habe eine neue Telegram-Gruppe, Link ist unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise dann auch in der Kommentarspalte angepinnt. Also wenn ihr da Bock habt, einfach in die neue Telegram-Talk- und News-Gruppe reinjoinen. Gut, soviel zu mir. Wie gesagt, wir starten jetzt gleich durch, 19.100 US-Dollar. Wie gesagt, wenig Veränderungen auf dem 4-Stunden-Chart momentan. Die 4-Stunden-Email-Ribbons drücken uns ein bisschen nach unten. Momentan ist eher weiterhin alles abwärts gerichtet. Was ich vor allem momentan noch ein bisschen interessant finde, ist dieser Bereich um das Golden Pocket, die 18.745 bis 18.684. Das ist der Bereich, den wir auf jeden Fall im Auge belassen sollten. Plus diesen Wick hier unten bei 18.000 US-Dollar. Und der ist einfach momentan, finde ich meines Erachtens, immer noch der wichtigste Punkt. Also die Liquidität, die einfach hier unten liegt, ist einfach viel zu verlocken, dass wir uns die nicht holen. Deswegen ist für mich eher momentan weiterhin alles Downside gerichtet oder mit einem maximalen Push in Richtung 20.400 US-Dollar. Sollten wir zuerst das Golden Pocket anlaufen, werde ich hier wahrscheinlich so eine kleine Long-Position eröffnen. Aber dann entweder auch ein Stop-Loss unter dieses Ding oder ein ganz, ganz enges Stop-Loss unter das Golden Pocket. Weil ich immer noch ein bisschen davon ausgehe, dass nächste Woche noch ein bisschen ruhiger ist. Und momentan, bis auf die Entwicklung in China, was ich da schon wieder gelesen habe, momentan alles noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Dass wir erst noch einmal runtergehen. Nochmal hier versuchen, ein bisschen Liquidität und dann vielleicht wirklich nochmal diesen Anlauf in Richtung 20.500 US-Dollar starten. Bevor wir dann übernächste Woche wiederum die Fettsitzung haben. Wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch gleich mal angucken, worauf ich nächste Woche ein bisschen achten werde. Einerseits diesen Einkaufsmanager-Index, den ich jetzt nicht so hoch gewichten würde. Aber vor allem den Immobilienindex oder auch Hausindexpreis etc. pp. Den behalten wir am Dienstag, am 25. Oktober auf jeden Fall mal im Blick. Hat den Sinn, momentan sind vor allem die Häuserpreise in den USA deutlich, deutlich gesunken. So ein bisschen so Parallelen zu 2007, 2008 sehen wir da schon ein bisschen. Interessant wird es halt dann, wenn die Leute ihre Kredite halt irgendwann nicht mehr, sage ich mal, bedienen können. Und dann die Banken dafür wiederum haften müssen. Und das deutet sich so langsam hier ein bisschen an. Zwar steht hier die Wichtigkeit nur mit einem Stern gerichtet. Ich finde es aber trotzdem längerfristig sehr, sehr interessant, was mit den Häuserpreisen passiert. Jetzt stürzen die weiterhin ein. Wie entwickelt sich das Ganze? Das ist extrem, extrem wichtig, finde ich momentan. Vor allem in den USA. In Deutschland ist dieser Bereich noch nicht so wichtig, meines Erachtens nach. Aber in den USA sehen wir einfach schon, dass die Häuserpreise dramatisch sinken teilweise. Und Leute aber dafür trotzdem mehr Miete zahlen müssen. Damit eben die Leute auch ihre Kredite wiederum weiterlaufen lassen können. Also es sind so zwei Faktoren, die würde ich auf jeden Fall mal im Blick behalten. Am Dienstag um 15 Uhr, ob da nicht deutlich Bewegung reinkommen könnte. Also da behalten wir auf jeden Fall das Auge mal diese Woche drauf. Für manche ist es vielleicht nicht so wichtig. Ich sehe das ein bisschen dramatischer, sage ich mal, wie sich das auf kurz oder lang dann auf jeden Fall entwickelt. Gut, ja wie gesagt, Bitcoin momentan echt wenig Bewegung. Da müssen wir jetzt nicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wir können uns nochmal ganz kurz den Traders Reality Indikator dazu tun. Wenn er denn laden würde, ne, da müssen wir nochmal ganz kurz aktivieren. Das karte ich jetzt nicht raus aus dem Video, das ist mir jetzt wurscht. Machen wir uns das nochmal ganz kurz an. Und schauen einfach mal, ob wir hier irgendwelche Vector-Handles haben. Und da haben wir hier unten eine, genau im Golden Pocket auf dem 4-Stunden-Chart. Interessanter ist hier doch nochmal der 1-Stunden-Chart. Ob wir da auch nochmal ein bisschen was genauer sehen. Da haben wir hier so ein Stubbing-Volume und hier unten noch so einen kleinen Bereich um 18.200 US. Und das sind eigentlich normalerweise die Bereiche, umso kleiner die Timeframes sind, desto eher holen wir uns halt diese Bereiche wieder. Deswegen bin ich eher, ehrlich gesagt, weiterhin erstmal nochmal für fallende Kurse, bis wir uns dann stabilisieren. Die Reaktion am Golden Pocket wird meines Erachtens entscheidend sein, wie wir uns dann, sag ich mal, in die neue Woche dann fortführen. So, dann Ethereum, weiterhin das gleiche Spiel. Auch hier sind wir, wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter runterschieben, so rüber, sind wir auch hier in die erste grüne Support-Zone reingekommen. Das ist eigentlich schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass wir hier einen Bounce gesehen haben. Oder auch hier einen schönen impulsiven Move erst einmal, auch wenn es mit wenig Volumen war. Trotzdem, wir sind momentan hier wieder in den 4-Stunden-Emerbens. Also ihr seht der Verlauf momentan 1 zu 1. Es wäre einfach auch hier wünschenswertes Golden Pocket einfach nochmal zu erreichen, um zu sehen, wie ist die Reaktion hier unten. Der Unterschied ist einfach, hier haben wir nochmal eine Support-Zone bei 1.220 bis 1.217 US-Dollar in Form einer 1-Stunden-Demand-Zone, das wir bei Bitcoin momentan nicht haben. Das heißt, wir hätten bei Ethereum einen Stop-Loss wahrscheinlich eher unter dem 0.786er und bei Bitcoin eher unter diesen riesigen Wig, einfach weil da kein Support mehr dazwischen ist. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Die 1-Stunden-Emerbens, wie gesagt, erstmal hier ein bisschen Widerstand. Da müssen wir jetzt schauen, ob wir jetzt hier dann wieder durchbrechen. Und ich denke, beim zweiten Versuch wird diese Zone einfach brechen und dann in Form des Golden Pockets aufgrund dieser wenigen Liquidität, die einfach hier dazwischen liegt, aufgrund dieser raschen impulsiven Kerze, haben wir natürlich auch keinen Supporter drin. Und das wird dann, sag ich mal, der entscheidende Faktor, warum wir dann relativ flott nach unten fallen sollten. Außerdem muss man auch dazu sagen, wir hatten genau hier auch im Golden Pocket das gleiche Spiel wie bei BTC. Erst einmal eine 1-Stunden-Supply damals, die wir dann impulsiv durchbrochen haben und hier dann so ein Retest und dann nach oben. Wäre einfach das wünschenswerteste Szenario für längerfristig. Dann, XRP haben wir ja gestern darüber gesprochen, nachdem wir hier oben das Golden Pocket getestet haben. Auch hier erst einmal abwärts. Momentan keine wirkliche Position, wo ich eingehen würde. Ich habe hier eine kleine Position geplant, nur war mir dann doch ein bisschen unsicher und im Endeffekt, die Bewegung gibt mir recht. Es kam keine wirkliche Impulsivität, kein Volumen mehr rein. Momentan ist es einfach hier ein bisschen mehr einfach diese Konsolidierung und das war es dann auch. Da unten haben wir dann, wie gesagt, nochmal eine kleine 1-Stunden-Demand-Zone plus das Golden Pocket. Also auch hier überschneidet sich sehr, sehr viel, was zumindest dann kurzfristig uns so einen Impuls nach oben geben könnte, nachdem wir hier ein bisschen konsolidiert sind und dann vielleicht auch wieder ein tieferes Hochbilden. Weil das ist jetzt der entscheidende Faktor. Wir bilden auch hier wieder einen dynamischen Widerstand und sollten wir hier dann wiederum wieder rejected werden, haben wir einfach wieder ein tieferes Hoch und dann deutet für mich viel, viel mehr darauf hin, dass wir doch nochmal diesen Turnaround nach unten machen und einfach diese Liquidität zum Beispiel jetzt bei XRP bei 0,44 US-Dollar-Cent holen. Es ist einfach viel zu verlockend. Hier unten liegt so viel Long-Potenzial oder so viel Long-Volumen, was bei diesem Dip nachgekauft hat, beziehungsweise das Long-Position eröffnet hat, als dass wir uns das nicht früher oder später holen. Und es ist einfach weiterhin trotz dieser, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, guten Woche nach diesem schnellen Aufkauf immer noch übergeordnet bearish. Das müssen wir einfach dazu sagen, also nicht schon wieder hier zu viel überhypen, da muss man einfach ehrlich sein. Dafür aber schauen wir uns jetzt mal Quant an, weil Quant ist extrem, extrem abgegangen die letzte Zeit. Wir sind jetzt hier genau am Monats-Pivot R2 jetzt erstmal rejected worden, also wir haben hier deutlich, deutlich Widerstand reinbekommen und ihr könnt euch noch an diese grüne Box hier erinnern aus dem Altcoin-Update-Video. Befindet sich auch hier die letzten Hochs, die letzten Konsolidierungsphasen, die wir hier drüben hatten und genau da haben wir jetzt im Endeffekt Halt gemacht. Ich habe nochmal das Fibonacci Retracement Level dazugezogen von unserem All-Time-High bis zu unserem Low. Demnach hätten wir noch Luft bis 300 US-Dollar. Wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Jetzt wird es interessant, wie wir uns hier oben jetzt erstmal halten können, weil wir sind deutlich, deutlich übergekauft. Problematisch, was ich finde jetzt bei Quant, wir können das ganze Scheißding nicht shorten. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Nur noch Spot kaufen oder verkaufen. Aber ich finde, wir sind jetzt hier an so einem interessanten Level, wo ich behaupten würde, Gewinnmitnahmen sind hier nicht verkehrt. Wir sind aus dem großen Ascending Triangle erst einmal ausgebrochen. Aus dem Inverse Head & Shoulders hätten wir auf jeden Fall noch Luft bis 220 US-Dollar, aber hier in diesem Bereich jetzt einfach mal Gewinne mitzunehmen ist auf keinen Fall verkehrt. Und erst einmal so eine kleine Korrektur. Und Korrektur würde sich anbieten in dem Bereich der 155 bis 150 US-Dollar. Einfach aufgrund der Konsolidierung, aufgrund der Widerstände, die wir ja vorher hatten. Würden wir dann ehemaligen Widerstand zu Support einfach flippen und dann einfach mal gucken, wie wir uns hier verhalten und dann vielleicht doch nochmal die 220 bis 240 US-Dollar wirklich anlaufen könnten. Das Preistil können wir uns auch mal noch ganz kurz von dem Ascending Triangle angucken. Ihr wisst, ich bin da immer ein bisschen pessimistischer und dafür lieber das Ziel erreichen. Und da wären wir dann auch bei ungefähr 240 US-Dollar. Das würde sich dann auch mit dem Inverse Head & Shoulders ungefähr passen, 240 US-Dollar. Also die Luft, wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber so eine Korrektur in den ehemaligen Widerstandsbereich, um den wiederum als Support zu flippen, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und dann wäre so das Ziel zwischen 230 und 240 US-Dollar. Die Pivots würden hier auch sehr, sehr gut dazu passen. Einfach so ein kleines Überflippen dieser Pivots und dann, sag ich mal, die Korrektur nach unten hin ansetzen. Nochmal ein ganz kurzer Blick auf Bitcoin, weil mir jetzt noch was gekommen ist. Vielleicht nochmal ganz kurz den Weekly Close ansprechen. Der könnte vielleicht noch ziemlich interessant werden, bevor wir hier den ein bisschen vernachlässigen. Interessanterweise, wir machen jetzt hier mal ganz kurz das Golden Pocket weg. Bullischer wäre es, ganz ehrlich, wir hätten den Weekly Close über der 20.400 US-Dollar. Muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten hat sich einfach wenig geändert. Also Weekly Close jetzt hier, diesen Bereich wäre nicht Bullish, wäre nicht Bearish. Trotzdem wäre es besser, nicht unter, sag ich mal, 18.800 US-Dollar zu schließen. Bullish 20.400, Bearish 18.800 US-Dollar. Das sind die Zonen, die wir im Auge behalten sollten. Volumen auf Bybit absolut im Arsch, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Aber nochmal der Blick einfach zu Binance, wo einfach deutlich mehr Volumen liegt. Da könnte man wiederum sagen, okay, wir haben uns die Liquidität hier triefer gefischt, haben auch eine impulsive Kerze gesehen. Trotzdem, Bullischer wäre es auch hier, die 20.400, 20.500 zu sehen. Ansonsten, Bearish, sehe ich das Ganze einfach bei 18.800, weil wir dann auf Wochensicht einen tieferen Schlusskurs hatten als die letzten Wochen, wo wir uns hier deutlich stabilisiert haben. Also das vielleicht nochmal im Blick halten. Ansonsten gucken wir uns auch ganz kurz die News an. Kryptovorschriften zum Schutz von Innovationen. Ja, gerne mal durchlesen. Ich werde euch den Artikel später noch in die Telegram-Gruppe posten und natürlich auch in den Chart-Analyse-Kanal. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, noch einen schönen Sonntag. Genießt ihn. Guckt nicht zu viel auf die Charts, beziehungsweise das Wetter ist bei uns zumindest absolut beschissen. Ja, wie gesagt, Weekly Close 18.800, 20.400, 20.500 ungefähr. Wäre dann wiederum Bullish, das andere wiederum Bearish. Wenig Bewegung, Golden Pocket im Auge behalten. Quant, Gewinnmitnahmen wären vielleicht an dieser Stelle nicht verkehrt, um vielleicht tiefer nochmal einzukaufen, dann wirklich auf die 220, 240 West-Dollar zu hoffen. Das war die kurze Zusammenfassung. Morgen weiß ich noch nicht ganz, ob ich ein Video schaffe. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich dann am Dienstag wieder. Bis dahin würde ich sagen, schönes Wochenende. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, um den Algo ein bisschen zu unterstützen. Wir hören uns dann spätestens am Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.